Herzlich Willkommen hier auf Serienhorizont zu einer weiteren Serienbesprechung, die es schon lange nicht mehr gegeben hat. Ich weiß, total nervig eigentlich, weil ich immer noch dabei bin, irgendwie den Kram hochzuladen, den alten Kram. Aber immer dann, wenn es was Neues gibt, denke ich mir so, ja komm, dann kannst du kurz unterbrechen und weiß ich nicht, quatsche kurz drüber. Und die letzte Zeit, das habt ihr vielleicht mitbekommen, gab es für mich nichts Neues. Ich habe Ahsoka immer noch nicht angefangen, weil ich ehrlich bin und ehrlich gesagt, habe ich auch gar nicht so das Verlangen, diese Serie so zu schauen. Ich schaue sie, weil ich Gutes drüber gehört habe, aber ich glaube, so wirklich schauen muss ich sie nicht. So und als andere habe ich gerade auch nicht so wirklich Bock drauf, deswegen dachte ich mir so, hm, wieder eine Serie zu haben, die vielleicht einmal die Woche rauskommt, so maximal eine Stunde, ist doch ganz gut. Und da habe ich gesehen, hm, The Morning Show, Staffel 3. Ja, und heute Morgen, ganz spontan, so ein bisschen im Bett gechillt, schön auf dem Handy geschaut und dachte mir so, ja gut, ich meine, wann war die letzte Staffel? Vor zwei Jahren oder so, also wirklich lange her. Das meiste wie, ich bin halt alt, das wisst ihr, das meiste habe ich schon wieder vergessen. Und dann dachte ich mir so, ja, aber ganz ehrlich, warum soll ich mir die jetzt anschauen? Aber ich wusste halt noch, gerade von der ersten Staffel, dass diese Serie unglaublich gut ist, dass sie von einem wahnsinnig guten Cast eigentlich getragen wird und dass dieser Produktionsstandard, den die sich überlegt haben, unfassbar ist. Also du siehst dieser Serie wirklich an, dass sie in dem Sinne zu einer der Starting Series, in dem Sinne im Hinblick auf den Streaming-Anbieter Apple TV Plus, in dem Sinne gilt. Ja, nun war jetzt in dem Sinne viel Zeit vergangen und ich dachte mir so, okay, worum ging es nochmal genau? Und das Schöne ist, du bekommst halt sofort so eine Rückblende und da wird alles Wichtige nochmal von der ersten, aber vor allem von der zweiten Staffel gezeigt und ich war wieder so einigermaßen drin. War aber trotzdem so ein bisschen skeptisch, so, ja, aber kann mich das nochmal so abholen? Ich meine, für all die Leute, ich meine, klar, es macht keinen Sinn, die dritte Staffel sich anzuschauen, wenn man die erste Staffel nicht kennt. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlimm, denn die Serie an sich ist ziemlich einfach gehalten. Denn, ich sehe gerade, OBS hat gerade irgendwie ein Problem. Hä? Warum? Struggelt gerade so ein bisschen mit dem Internet. Naja, die Aufnahme geht ja trotzdem weiter. Ich weiß nicht genau, was das ist. Keine Ahnung. Okay, ähm, wird bestimmt dann wieder besser sein. Also, was ich sagen wollte. Ich war ein bisschen skeptisch, was die Serie anbelangt, beziehungsweise um wieder reinzukommen. Und schon nach kurzer Zeit schaffen es diese zwei Schauspielerinnen, nämlich Jennifer Aniston und, ähm, Reese Witherspoon, auf eine unfassbar professionelle, herausragende Art und Weise einen wieder in den Gefangenen zu nehmen. Ich weiß nicht, man hört ja oft irgendwie im Hinblick auf, ähm, Hollywood und, Hollywood Schauspieler, Hollywood Schauspielerinnen, du hörst oft von Aura. Und diese beiden Schauspielerinnen besitzen diese Aura. Das heißt, Jennifer Aniston betritt den Raum und jeder weiß, das muss eine Hollywood Schauspielerin sein. Und das ist bei Reese Witherspoon, äh, Reese Witherspoon genauso. Und in der dritten Staffel, wie gesagt, es gibt erst zwei Folgen, ähm, geht es, weil ich möchte es gar nicht groß spoilern, ähm, um etwas, was eigentlich eine ganz interessante Komponente beinhaltet. Ganz kurz zusammengefasst, die erste Staffel hat sich eigentlich mit, ähm, dem Thema MeToo auseinandergesetzt. Es geht um The Morning Show, um diese morgendliche Sendung, also eine morgendliche Nachrichtensendung. Und die ist aber weltweit bekannt. Das heißt, es ist die größte Nachrichtensendung, wenn es eben um den morgendlichen Bereich geht. Und zwar riesig Ding. Also das ist wirklich milliardenschwer, wenn man so möchte. Das heißt, dieses, ähm, UBA, dieser gesamte, ähm, Sender ist vor allem aufgrund The Morning Show so richtig bekannt. Und nun ist es allerdings so, die von, ähm, Jennifer Aniston gespielte, in dem sie eine Journalistin, sprich die Nachrichtensprecherin, die hatte eine ganz lange Zeit in dem Sinne einen Partner, ein, ähm, ja, einen Partner an ihrer Seite. Und bei dem ist jetzt allerdings rausgekommen, dass er sexuelle, ähm, naja, ich sag mal zumindest, ähm, dass es sexuelle, ähm, Begleiterscheinungen gab. Das heißt, ähm, ihm wurde letztlich in dem Sinne unterstellt, dass er, ähm, Frauen mindestens in dem Sinne unter Druck gesetzt hat, also sexuelle, ähm, Belästigung, vielleicht sogar sexuelle Nötigung. Und es wurde sogar irgendwie vielleicht von möglicher sexueller, ähm, Übergriffigkeit in dem Sinne gesprochen. Sprich, auf einmal bricht diese gesamte Bubble zusammen und dieser Nachrichtensender und all diese, diese beiden, ähm, die sind in dem Sinne jetzt auf einmal, ähm, in der Schusslinie, beziehungsweise er. Ja, und, ähm, das ist etwas, was die gesamte erste Staffel in dem Sinne durchzieht. Das heißt, wir wissen nicht genau, wie die überhaupt damit klarkommen, wie diese MeToo-Debatte in dem Sinne, ähm, ob jetzt gerechtfertigt oder nicht, wie die, dieses gesamte, diesen gesamten Rahmen dieses, ähm, dieses, ähm, Senders in dem Sinne verändern wird. Und in der zweiten, beziehungsweise innerhalb der ersten Staffel ging es dann darum, dass wir in dem Sinne, oder dass die, die Showrunner, also die dafür Zuständigen, die brauchten jetzt in dem Sinne eine, die in die, ähm, Bresche springt. Eine, die jetzt in Anführungsstrichen so eine Strahlkraft besitzt, damit man diesen, in dem Sinne vorher, ähm, Zuständigen, der jetzt in dem Sinne ja angeklagt wird, und zwar mehrfach angeklagt wird, dass man den vergisst. Und dann kommen sie in dem Sinne auf eine ziemlich unbekannte Journalistin, gespielt von Reese Witherspoon, und sie wollen die unbedingt. Das heißt, der, ähm, dafür, ähm, zuständige CEO, der ja, ähm, ich sag mal, immer so ein bisschen so eine zwiespältige Rolle spielt, oder einnimmt, der will die unbedingt, der möchte in dem Sinne, dass sie der große neue Star wird. Und natürlich ist das für, ähm, Alex, gespielt von Jennifer, von Jennifer Aniston, ein großes Problem, denn sie war jahrzehntelang in dem Sinne, die Figur Nummer eins, und auf einmal soll sie so ein bisschen in die zweite Reihe entdeckt treten. Und so sind beide Journalisten so ein bisschen, ähm, spinnefeind, mögen sich nicht so wirklich. Sie merken aber, dass je mehr sie sich in diesem Entzwein, desto schwieriger ist es für beide wird. Und von daher ist es letztlich so, ähm, dass sie sich annähern, und gerade in der zweiten Staffel verbinden sie sich eben auch, um mit all dem, was auf sie zukommen wird und schon gerade zukommt, irgendwie klarzukommen. Und man sieht in dem Sinne, wie eine MeToo-Debatte eigentlich etwas, was eine Strahlkraft vorher besessen hat, nämlich diese morgendliche Sendung, so in dem Sinne in den Grundpfeilern zerstört hat, oder zumindest, ähm, angegriffen hat, ähm, dass es letztlich nicht anders geht. Und es ist halt in dem Sinne eine ganz, ganz wichtige Veränderung in dem Sinne bedarf. Und die dritte Staffel ist jetzt eigentlich ein bisschen anders. Die dritte Staffel bezieht sich jetzt in dem Sinne auf diese Zeit nach diesen ganzen, ähm, nach diesen ganzen Vorfällen. Und eigentlich geht es vor allem darum, dass dieser Sender jetzt in dem Sinne, ähm, ja, gerade durch Corona so geschwächt ist, dass die, ähm, Einschaltquoten, all das, dass es in dem Sinne alles schlechter wird. Und nun ist in dem Sinne die Hauptfrage, ähm, was kann man machen? Und der CEO, ähm, hat in dem Sinne einen großen Plan. Er möchte in dem Sinne einen neuen Investor bekommen. Sprich, eigentlich soll UBA, der Nach-, also nicht der Nachrichten, sondern der Sender, soll gekauft werden. Und zwar von einem Marx, so. Und man muss nicht wirklich in dem Thema drin sein, aber ich glaube, diese Person soll sowas wie Elon Musk darstellen. Das heißt, einer, der eine, eine Strahlkraft besitzt, der, ähm, sag ich mal, vor allem eine Persönlichkeit darstellt, ein Milliardär, der eben auch ein, ein, ähm, ein, ähm, ja, Starunternehmen, also anders gesagt ein, ein Raumschiff oder, ähm, Raumfahrtunternehmen besitzt, der also ähnlich wie Elon Musk vorgeht. Und, um jetzt diesen, ähm, Deal durchzubekommen, ist jetzt der Plan, dass dann in dem Sinne die, ähm, von Alex, also von Jennifer Aniston gespielte, also dass die Alex, die von Jennifer Aniston gespielte Figur, die Journalistin, dass die, in dem Sinne jetzt bei diesem Jungfernflug dabei ist, ins All, und dass das Ganze live eben auf UBA gezeigt wird. Nur, irgendwie ist es so, dass die von, ähm, eben, ähm, Reese Witherspoon gespielte Figur, ähm, dass die immer noch Themen in dem Sinne ansprechen möchte. Sie hat jetzt in dem Sinne auch eine Abendsendung, genau wie die Alex auch eine eigene Sendung hat. Das heißt, diese morgendliche gemeinsame, ähm, ja, ich sag mal, Institution, die gibt es in dem Falle in der dritten Staffel gar nicht. Also, sprich, die sind ja eigentlich schon in ihrer Arbeit jetzt getrennt. Aber, ähm, Reese Witherspoon, also die von ihr gespielte Figur, die berichtet oder möchte über die, ähm, Zustände in, ähm, Mexiko berichten. Und zwar geht es darum, dass die, ähm, naja, dass die, ähm, die Gesetze, die dort eben verabschiedet worden sind, die Integrität von Frauen, was in diesen Abtreibungen anbelangt, extrem, ähm, ja, untergräbt. Und damit die Frauen in dem Sinne irgendwie, ähm, ja, abtreiben können und irgendwie noch ihr eigenes Recht in dem Sinne, ähm, ja, wahrnehmen können, gibt es eine, ähm, eine, ich glaube, Anfang 20- oder ich glaube sogar 19-jährige Frau, die dann nach Mexiko in dem Sinne, ähm, kurz rüberreist, um Tabletten zu holen und damit dann diese, ähm, mögliche, ähm, ja, Abtreibung durchgeführt. Das Problem ist nur, dass, ähm, die, ähm, von Reese Witherspoon, die Journalistin, also die gespielte Journalistin, die gerade möchte eigentlich genau dorthin und möchte dort darüber berichten. Aber der, der Sender selbst hat ganz große, ähm, Angst davor. Sprich, man möchte sich nicht mit den Themen wie, ähm, dem, ähm, ja, dem Run aufs Kapitol, beziehungsweise eben der, der, des Kampfes gegen die Demokratie, damit möchte man sich nicht wirklich anlegen, weil, und das wird hier ganz klar explizit angesprochen, weil die Wahl 2024, sprich Donald Trump, die Republikaner, all das, was damit zusammenhängen könnte, eben letztlich auch bedeutet, dass viele Investoren abspringen könnten. Das heißt, in Abstrichen, auch wenn das ein wichtiges Thema ist, die sollen trotzdem den Ball ganz schön flach halten. Und die Journalistin möchte das natürlich nicht, nur sie ist gerade auf dem Weg dorthin, aber sie merkt so nach dem Motto, hm, geht nicht. Das heißt, sie braucht eigentlich die Hilfe von Alex. Und Alex weiß, beziehungsweise vermutet, dass, ähm, dieser Deal, ähm, den gesamten Sender in dem Sinne entzweien wird und möchte, dass dieser, ähm, Jungfernflug ins All in dem Sinne eben nicht zu diesem großen Happening wird. Und deswegen haut sie ab. Und kümmert sich jetzt in dem Sinne um diese Berichterstattung, um die Vorkommnisse in Texas. Weil, der, der eigentliche, ähm, Jungfernflug, der findet eben ja auch in Texas statt. Das heißt, in dem Moment sind sowohl Alex als auch, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt der Name von Reese Witherspoon, ähm, schon mal vergessen. Auf jeden Fall, die sind beide jetzt gerade in Texas und weil Alex abhaut, muss sie in einfachstrichen jetzt in diese Rakete rein, ähm, diesen Flug mitmachen, damit das Ganze in dem Sinne nicht eben umsonst war. Und, ja, letztlich geht es in dem Sinne darum, dass, ähm, das natürlich ein großes Wirrwarr darstellt, dass dieser Sender eben auch ganz klar an die eigenen Grenzen kommt. Das heißt, die Investoren, das Geld, alles fehlt. Und, ähm, man sieht eben ganz klar, dass, ähm, ja, wie soll man es sagen, ähm, dass Corona eben auch, was diese Medienlandschaft anbelangt, viel verändert hat. Und der CEO, der wollte, ähnlich wie mit, ich sag mal, mit den anderen großen Streaming-Anbietern, der wollte so eine Art irgendwie UBA Plus in dem Sinne umsetzen, weil er der Meinung ist, dass sowas wie Corona ganz klar eben, ähm, bedeutet, dass die, ich sag mal, alten Sender, das alte Fernsehen, wie man es versteht, eben Geschichte ist. Also ähnlich wie das, was jetzt gerade passiert. Das heißt, ähm, Apple TV Plus schafft es ganz gut, sehr moderne und sehr aktuelle Themen in dem Sinne eben auch anzusprechen, ohne letztlich, ähm, ja, mit dem Zeigefinger zu agieren. Und die gesamte Serie, das war schon in der ersten Staffel so, hat nie, ich sag mal, den moralischen Zeigefinger erhoben, sondern es hat eher, ähm, vieles geschildert, ohne zu bewerten. Und das fand ich in der ersten Staffel super gut. In der zweiten Staffel haben sie dieses unglaublichen, also dieses unglaubliche Punktionsniveau und auch dieses Level, auch wie gut diese Drehbücher geschrieben sind, haben sie beibehalten. Und in der dritten Staffel, finde ich, nach zwei Folgen kann man das jetzt sagen, sind sie auf einem richtig guten Weg. Denn, und das ist jetzt der zweite große Plot, nachdem man also gemerkt hat, dass eben dieser, ich sag mal, dieser Deal mit diesem Milliardär vielleicht nicht stattfinden wird, auf jeden Fall in Zweifel gezogen wird, kommt es zu einem Hack. Und nun werden die Daten von eigentlich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, in dem Sinne einen Preis gegeben. Und diese Hacker, die verlangen jetzt 50 Millionen, in dem Sinne löse Geld. Jetzt muss man aber wissen, dass, ähm, für, ich sag mal, die von Alex, also von Jennifer Aniston gespielte Journalistin, für Alex, ist das Ding nicht so wichtig, weil ich meine, sie hat ja alles erlebt. All ihr Privatleben und so ist ja alles durch den Kakao gezogen worden in der ersten Staffel. Und auch in der zweiten Staffel. Das heißt, die hat ja, in Anführungsstrichen, schon die Hosen runtergelassen. Ob jetzt gewollt oder nicht gewollt, ist egal, sie hat auch ein Buch geschrieben. Aber die von Reese Witherspoon gespielte Figur, die Journalistin, die hat es eben nicht gemacht. Das heißt, die hat noch sowas wie eine Privatsphäre. Und die hat Angst davor, dass das in dem Sinne jetzt eben auch letztlich komplett eigentlich gegen die Wand gefahren wird, weil der Sender eben nicht bezahlen möchte. Ich habe ja gesagt, der Sender ist sowieso finanziell sehr, ähm, sehr angegriffen. Und dieser Deal mit dem Milliardär, sprich in Anführungsstrichen mit der Elon Musk-Figur, ist ja letztlich sowas wie die letzte Lösung, zumindest aus Sicht des CEOs. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie die, ähm, Staffel jetzt eben, ähm, sowohl den Hack, als auch dieses andere große Thema eben beibehalten wird. Dazu kann man anstatt, also aktuell nicht viel zu sagen, man kann immer sagen, dass innerhalb von zwei Folgen, nach, ich sag mal, zwei Jahren Pause so ungefähr, sie es wieder hinbekommen haben, dass du so in dem Thema wieder drin bist, weil das, das Schauspiel, und damit meine ich nicht nur Jennifer Aniston, nicht nur Reese Witherspoon, sondern eigentlich alle der großen Figuren, wirklich, das ist top-notch. Das ist wirklich das Beste, was du dir vorstellen kannst. Und da können sich ganz viele Serien, die auch sehr, sehr teuer sind, eine Menge von abschauen. Das heißt, oft ist der Plot halt sehr einfach gehalten. Es geht eben, wie gesagt, eigentlich nur um diesen Nachrichtensender, oder anders gesagt, um diese Nachrichtensparte dieses Senders. Und dennoch, weil das alles so nah an unserer Zeit ist, weil das halt, weil wir ja auch Corona miterlebt haben, und die zweite Staffel bezieht sich ja eben vor allem auf Corona, und da ging es zum Beispiel auch darum, wie Corona ausgebrochen ist, und wie China da reagiert hat, und wie dann eben die Berichterstattung im Hinblick auf China und so ausgesehen hat. Das heißt, all das ist eigentlich Teil unserer aktuellen, ja, Welt. Und warum ich die dritte Staffel jetzt schon so gut finde, ist, weil sie ganz klar zwischen den Zeilen mal wieder nie so plump und total subtil, sondern sehr, sag ich mal, auf sehr interessante Artenweise diese großen Themen, die gerade die amerikanische Gesellschaft so durchziehen. Ich meine, das Thema 2024, Wahl 2024, ist das Thema überhaupt. Und dann kommt eben auch das Thema Ukraine-Konflikt auf, Russland kommt auf. Aber auch eben, wie geht man, also wie findet der Sprung in die Zukunft statt im Hinblick auf, wie sich so ein Sender, der so, ich sag mal, jahrzehntelang eigentlich so bekannt war, wie der sich jetzt verändert und wie der sich verändern muss. Das heißt, das, was die Bild-Zeitung bei uns in Deutschland macht, die seit Jahren haben die ja umgestellt von Printmedien, also von bloßen Zeitungen in dem Sinne von Printmedien hin zu dem Digitalen. Und all das, was ja auch letztlich die nächsten Jahre und Jahrzehnte unserer Zeit in dem Sinne ausmachen wird. Nämlich eben auch, was für einen Stellenwert bekommt das Internet noch mehr. Wenn man sich heutzutage CNN zum Beispiel anschaut, CNN ist für mich zum Großteil eigentlich nur Website. Ich habe lange Zeit den Sender geschaut, aber gerade als ich mich über viele Themen bezüglich eben auch ja, des Runs of, also sprich, ja, ich sag mal, Trump und so weiter und 2024, als ich mich darüber und, ähm, darüber beschäftigen oder damit beschäftigen zu werden, darüber informieren wollte, da war ich halt zum Großten auf der Seite. Da habe ich gar nicht den Sender an sich geschaut. Das heißt, das ist unsere Realität und das ist auch letztlich unsere Zukunft. Und die amerikanische Gesellschaft, die ist so zerrissen. Das heißt, was da in dieser Serie in diesem Jahr gezeigt wird, ist das, wie es nächstes Jahr in der amerikanischen Gesellschaft aussehen wird. da wählst du innerhalb der Familie, in dem Sinne halt die Republikaner und die Demokraten haben und die sind so in, die sind wirklich innerhalb der Familie so, ähm, anderer Meinung und das ist teilweise so und da hat man schon oft gehört, dass das wirklich sogar Familien entzweien kann, dass die wirklich zerrissen werden. Weil das Thema Trump eben nicht das Thema ist, in dem Sinne Demokraten oder Republikaner, sondern das Thema ist, in dem Sinne eine Demokratie oder Veränderung unserer Demokratie. Und das ist das, ähm, habe ich auch gerade noch bei Spiegel Online gelesen. Es geht zum Beispiel jetzt um einen grünen, ähm, Politiker, der sich jetzt in dem Sinne zur Präsidentschaftswahl, in dem Sinne, ähm, der, ähm, seine Kandidatur, Kandidatur in dem Sinne eingereicht hat und der möchte eigentlich Trump verhindern. Er möchte verhindern, dass Trump wieder in die Macht kommt, aber dadurch stellt er eine Gefahr für Joe Biden dar. Das heißt, das, was jetzt schon dieses Jahr in dem Morningshow Staffel 3 thematisiert wird, ist das, was es letztlich in diesem nächsten Jahr eigentlich beinhalten wird. Und wie sie es schaffen, wie sie es immer wieder zwischen den Zeilen schaffen, auf sehr, ich sag mal, wirklich durchdachte und sehr intelligente Art und Weise, das ist immer wieder wahnsinnig gut. Und die erste Staffel war für mich damals so ein Erlebnis, weil ich gedacht habe, ich habe Jennifer Aniston, glaube ich, seit Jahren zu dem Zeichen nicht mehr so gut gesehen. Und in Reese Witherspoon, wir kennen wahrscheinlich die ganzen Filme, diese plumpen Filme mit ihr, irgendwie dieses Pitch Perfect oder wie das alles heißt, wo sie irgendwie dann eine Anwältin spielt und nochmal zur Schule geht, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Aber die hat er eigentlich in Anführungszeichen immer seichte Rollen gespielt. Aber die zeigt in dieser Serie von der ersten Staffel und auch jetzt in der dritten Staffel, was sie kann. Und diese beiden Schauspieler haben diese Aura und diese Aura überträgt sich jetzt auch schon nach gut zwei Folgen jetzt auch schon auf die dritte Staffel. Von daher gehe ich davon aus, dass diese dritte Staffel am Ende von mir wieder eine viereinhalb, vielleicht sogar eine fünf von fünf bekommen wird. Ich würde jetzt letztlich aber sagen, die erste Folge bekommt von mir eine vier und die zweite bekommt von mir eine viereinhalb von fünf. Also das ist für mich schon wieder ein ganz, ganz hohes Niveau. Und ich bin sehr stolz in dem Sinne darüber, dass ich halt mal ganz spontan jetzt reingeschaut habe. Ob ich da jetzt wirklich wöchentlich drüber berichten werde, weiß ich nicht. Das ist jetzt erstmal in dem Sinne mein Ersteindruck nach den ersten beiden Folgen. Vielleicht mache ich es, vielleicht nicht. Aber spätestens, wenn die Staffel rum ist, wird es halt noch eine Besprechung geben. Und ja, das war es damit. Das war meine in dem Sinne Folgenbesprechung beziehungsweise ein bisschen Serienbesprechung zu The Morning Show. Nochmal der Rückgriff auf Staffel 1 und Staffel 2 für die Leute, die es nicht angeschaut haben. Ihr könnt es euch anschauen. Es ist nicht so, dass man da nicht mehr einsteigen kann. Man kann sich noch ein bisschen die Backgrounds anlesen. Aber ich behaupte, dass wenn man Apple TV Plus hat und wenn man die Serien noch nicht geschaut hat, man sollte sie unbedingt schauen, denn das Qualitätsniveau, auf dem diese Serien in dem Sinne befußt, ist wirklich top-notch. Und das gilt gerade im Hinblick auf Netflix-Serien oder auch Amazon Prime-Serien, diese Plus-Serien, schon lange nicht mehr. Das heißt, hier findet ihr eine der besten Serien, die es aktuell und auch in den letzten Jahren gab. Und ich meine, sie hat auch ein Emmy bekommen vor ein paar Jahren. Also das ist wirklich ganz, ganz hohes Niveau. Und ja, vielleicht schreibt ihr es gerne in die Kommentare, wie ihr die dritte Staffel bis jetzt findet. Meiner Meinung nach kann sie schon jetzt definitiv mit der zweiten Staffel mithalten. Die erste war für mich halt so neu, deswegen mal gucken, ob dieses Feeling wieder aufkommt. Aber ich glaube, ich glaube, sie kann richtig gut werden. Macht es gut, das war meine Besprechung hier auf Seelenhorizont. Gerne kommentieren, liken und wenn es euch sehr gefallen sollte, wovon ich ausgehe, worüber ich mich sehr freuen würde und was ich letztlich auch hoffe, dann noch gerne abonnieren. Tschüss, Sikowski!